Gedankenfreiheit Wenn ich an Deinen Mund denke, wie Du mir etwas erzählst, dann denke ich an Deine Worte und Deine Gedanken und an den Ausdruck Deiner Augen beim Sprechen. Aber wenn ich an Deinen Mund denke, wie er an meinem Mund liegt, dann denke ich an Deinen Mund und an Deinen Geruch und an Deine Wärme und an Deinen Schoß und an Deine Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017